Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Fordstor Rahnburg, Iborger Straße in Osnabrück, Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Wenn man sich die letzten Spiele von Würzburg anguckt, dann fällt auf, dass die Tore bei Würzburg immer in der zweiten Hälfte gefallen sind, zumindest in den letzten Spielen und nicht eben in der ersten Hälfte. Jetzt war vorhin schon Thema in der ersten Hälfte. Da braucht die immer ein bisschen, um uns auch ins Spiel zu finden. Ist es dann vielleicht gut, dass Würzburg anscheinend ja auch immer ein bisschen länger braucht, um ins Spiel zu kommen? Ja, das kann uns natürlich entgegenkommen. Ich denke, das letzte Mal in den Spielen waren tatsächlich unsere zweiten Halbzeiten deutlich besser als die erste. Da sieht man, dass wir an uns glauben, dass wir auch bis zum Schluss alles geben. Nichtsdestotrotz, gerade wenn ich ans Erfurt-Spiel denke, noch mal so zehn Minuten, wo wir ein bisschen schläfrig begonnen haben, wollen wir nicht noch mal abliefern. Denn gerade hier von der ersten Minute an möchte man natürlich auch zeigen, mit den Fans im Rücken dem Gegner ein Stück weit auch Respekt einflößen und zeigen, dass es nur einen Sieger geben darf. Und das wird auch am Samstag wichtig sein, dass wir vom Start weg aus hellwach sind und unser Spiel durchdrücken. Und das eben nicht immer nur in der zweiten Halbsaison, sondern sich von Beginn an schaffen, um dann auch mal wieder in Führung zu gehen. Also wir dürfen keine Aushalten haben. Also wir dürfen keine Sekunde Pause machen. Wenn wir halt die Ordnung haben, dann wollen wir halt offensiv angreifen. Wir wollen halt mutig nach vorne verteidigen. Aber erst, wenn wir die Ordnung haben. Teilweise gestern die zwei, drei Situationen, wo wir Probleme gehabt haben gegen Meppen, waren die Situationen, wo wir keine Ordnung gehabt haben und trotzdem halt Druck machen wollten. Dann waren die Räume halt sehr groß. Jetzt wollen wir halt versuchen, auf einer guten Ordnung zu attackieren. Unsere Spielweise ist frühzeitig anzulaufen, frühzeitig halt den Ball zu erobern. Und das ist uns nur, sage ich mal, 70 Minuten gelungen gestern. Und das wollen wir verbessern gegen Würzburg. Was ist deiner Meinung nach das Würzburger Kernspiel? Worauf kommt es beim Würzburger Spiel auch an? Wie kann man die eben am ehesten stören? Ja, die haben auch viele Gegentore bekommen. Wir wissen, dass die halt im Spielen, ich möchte nicht sagen anfällig, aber dass sie Probleme gehabt haben, viele Tore kassiert haben. Aber die sind in der Lage, sehr viele Tore zu schießen. In den letzten beiden Spielen haben sie fünf Tore geschossen. Also von daher müssen wir unheimlich auf den Standstationen aufpassen. Gegen allen haben sie zwei Standard-Tore geschossen. Und deswegen ist es wichtig für uns, dass wir da stabil sind, dass wir da hoch konzentriert sind. Nichtsdestotrotz, wenn beim Ball gewinnt, Zielstrebungen nach vorne zu spielen, die Räume vor dem Tor besetzen, was wir in den letzten beiden Spieltagen nicht ordentlich gemacht haben. Und da bin ich mir sicher, dass wir halt dann gegen Würzburg auch gewinnen können. Wir können schon auch selbst zu Werke gehen. Wir spielen zu Hause. Würzburg kommt mit einer Mannschaft, die auch namhaft zusammengestellt ist, die sich eigentlich in anderen Tabellenregionen vielleicht auch gesehen haben. Und es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr enges Spiel, wie aber nahezu jedes Drittligaspiel, ob man jetzt gegen Erfurt spielt, gegen Paderborn in Tabellenersten oder jetzt gegen Würzburg. Also ich denke, alle Spiele sind eng und wie eben auch in der Pressekonferenz schon angesprochen, es geht um Nuancen, die nachher entscheiden, ob man das Spiel gewinnt oder nicht. Und es ist an der Zeit, dass wir eben diese kleinen Nuancen positiv für uns gestalten.